Hallo alle zusammen, ich bin's, eure Angie. Heute bin ich schon wieder da mit einem neuen Produkt und es ist das hier. Auf Teilen nennt man das Yadom, aber auf Deutsch gibt es keinen speziellen Namen. So werde ich es als Mini-Inhalator nennen. Dieser Mini-Inhalator ist von der Marke Boisien. Das ganze Produkt besteht von Plastik. Es gibt zwei Seiten. Eine, die man riechen kann. Das ist auch aus Plastik gemacht, aber drinnen gibt es Warmwolle und die andere Seite enthält Mentholwasser. Mit diesem Mentholwasser kann man es ganz einfach auf den Finger tippen und es dann zusammenreiben. So und dann die Schläfe damit einreiben. Aber seid vorsichtig, es nicht in die Augen zu bekommen, weil es sehr brennt. Warum ich dieses Produkt sehr gerne habe, ist, weil es praktisch ist. Man kann mit diesem Produkt seine Nase frei machen, wenn man erkältet ist. Oder auch wenn man müde ist, von Rennen oder Sport treiben, kann dieses Produkt uns auch sehr helfen. Es hilft sogar für Leute, die in Ohrmacht fallen. So, ich würde euch das sehr empfehlen. Dieses Produkt ist sehr beliebt bei den chinesischen Touristen, die hier in Thailand kommen und reisen. Es ist typisch Thai. Der Duft ist sehr leicht. Wenn man es einatmet, dann kann man es auch ein bisschen kühler fühlen im Hals und in der Nase. Ich finde, dieses Produkt würde sehr geeignet sein für ältere Leute oder für Leute, die gerne Sport treiben. Und es ist auch nicht teuer. Es ist nur 24 Watt. Ihr könnt das bei jedem Supermarkt kaufen und sogar bei 7-Eleven. Mein Fazit für dieses Produkt ist sehr gut. Ich würde sagen, es ist sehr praktisch. Man kann es überall mit sich mitbringen, weil es sehr klein ist. Und es ist nicht teuer. Es ist sehr billig. Es gibt viele verschiedene Farben. Gelb, Grün, Blau. Ganz viele verschiedene. Und ich würde euch das sehr empfehlen, wenn ihr Sport treibt. Das ist es für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und bis dann. Tschüss. Hallo. Das ist deine Haare. Ja.